Mein Name ist Peter Rummel, ich bin Mitarbeiter des Internationalen Kultur- und Sportvereins der Roma Carmen e.V. in Düsseldorf. Zurzeit bereiten wir die Gedenkstättenfahrt von einigen Jugendlichen unseres Vereins vor. Wir sind den im Lager Sachsenhausen entrechteten und ermordeten Menschen die Erinnerung schuldig. Sie wurden für ihr Menschsein, für ihre Überzeugung und den Widerstand gegen Unterdrückung und Unmenschlichkeit, oft denunziert durch andere, eingekerkert, gequält und umgebracht. Es sollte auch der Hinterbliebenen und den Nachkommen gedacht werden und jener Menschen, die sich in irgendeiner Form solidarisch zeigten. Uns ist ebenso wichtig, dass die Gedenkstätte dazu mahnt, immer wachsam zu sein, um totalitären Entwicklungen vorzubeugen. Rechtzeitig. Nicht zuletzt, was hier geschah, machen Herrschende in einigen Ländern heute wieder. Das fordert gerade von uns lauten Protest.